Egal ob zum Schutz vor Schnittverletzungen, Kälte, Nässe oder für die Betriebs- und Produktionshygiene. Berufs- und Einwegbekleidung sind Cape und Maske für jeden Helden in der Nahrungsmittelproduktion. Und ohne? Naja, damit Sie niemals ohne dastehen müssen, bieten wir ein breites und jederzeit verfügbares Sortiment für jede Bedarfslage. Egal ob Kühlhausbekleidung oder Schnittschutzhandschuh, Stiefel oder Schutzhelm, Einweghaube oder Handschuhe. Wir liefern Ihnen genau die Ausrüstung, die Sie für Ihre Produktion brauchen. Einfach, schnell und zuverlässig. Auf Wunsch auch gerne mit Namen oder Ihrem Logo. Und das ist längst nicht alles. Zusätzlich zur Berufs- und Schutzbekleidung warten acht weitere Warengruppen darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Von passenden Verpackungen, geeigneten Reinigungsmitteln, Rohgewürzen und individuellen Würzmischungen bis hin zu Werkzeugen, Messern und Natur- und Kunstdärmen haben wir über 18.000 Artikel für Sie sofort lieferbar am Lager. Finden Sie jetzt heraus, wie Sie Ihren Bedarf bündeln können. Und zwar mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.